Tsunami Head Drop Willkommen liebe Pharma-Arma-Fans kurz mein Mikro richten so hier sind wir wieder mit neuen Display und diesmal gehen wir gleich zu unserem Schabfreund Hans-Georg-Geo oder Hans-Georg-Georg-Georg-Jr ich hab vergessen ja heißt aber hoffentlich könnt ihr es mir in den Kommentaren schreiben ich glaube Hans-Peter Schausch oder Hans-Georg-Georg-Jr keine Ahnung hab das vergessen leider ok haben wir auch schon wieder unsere Geschenke bekommen noch kurz den Freidreh erledigen ja sorry aber ich bin noch etwas müde ein bisschen MP schaltet auch nie was Unkraut wo kommt das Unkraut her ich hasse Unkraut und ich bin nicht der größte Fein von Unkraut darum verstehe ich nicht genau warum jetzt hier überall Unkraut liegt aber die Ziegen können zum Glück kein Unkraut werden sein oder solches jetzt so mal nach in die Stadt 17 Jahren ist zu tun er hat oder eben hier Neuergandler ein Bruder hier gibt es noch nicht viel zu tun es gibt es hier alles Leute immer so ja 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 ich bin ja also viel gibt es nicht mehr zu tun noch mehr noch zwei level dann haben wir doch schon ziergarten dann gibt schon mal das doppelte zu tun genau ist eins aufgestiegen das heißt noch ein levelchen dann haben wir das doppelte zu tun doppelte arbeit aber auch doppeltes vergnügen ich mache heute am abend noch mal ein neues let's play damit die bisschen weiter kommt ja ich wünsche euch noch einen schönen tag also bis heute abend oh fuck es gibt sogar taubenstelle das ist doch mal was ok noch einen schönen tag und dann bis heute um circa acht zehn